Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Pack-Vorstellung beim Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.26 und wir haben heute das Paint Truck Traffic Pack 3.0 von JCCat, 187 MB groß, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber um was geht es denn bei diesem Pack? Ihr kennt es ja, das ist hier der neue Bus, da ist er, nur mal so von dem letzten Bus Traffic Pack, nein es geht darum, ihr kennt es ja, wenn ihr das Spiel Vanilla spielt, haben die LKWs ganz normal eine Lackierung, Schwarz, Rot, Gold und dann irgendein Trailer. Jetzt haben wir natürlich diese Standard Lackierung von dem Originalspiel, da gibt es ja auch noch ein paar Firmen Lackierungen, aber sonst würden die jetzt nicht so rumfahren. Aber jetzt haben wir es auch mit Originalfirmen und zwar 215 originale Firmen sind im Spiel, dabei hat man jetzt beim MAN TGX noch 10 neue Firmen reingemacht und insgesamt 25 neue Skins sind drin. Hier, dass sowas hier zum Beispiel rumfällt, ja, Praktika mit einem Praktika-Auflieger und dem passenden LKW, aber das gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an, fliegen, das sind aber noch andere Mods hier von JCCat und zwar, das sind die Tandem-Mods, die BDF. Viele BDF fahren jetzt momentan rum, aber das bringt auf jeden Fall ein bisschen Leben ins Spiel, ne, weil, ja, die Firmen, die geben natürlich nicht so die Lizenzen raus, ist natürlich Werbung, aber die ganze Verhandlung, ne, das ist halt ziemlich kompliziert mit jeder einzelnen Firma und dann überlässt man das den Mod-Leuten und wir fliegen jetzt einfach mal hier lang, ob wir mal einen ganz normalen LKW hier, Anhänger sehen, hier noch vom Bus Traffic Pack, wenn wir mal ein bisschen zur Seite gehen, nicht, dass er uns umfährt, ne. Das wollte ich euch einfach nur mal ganz kurz sagen, dass es wieder eine neue Version gibt. Ich hatte auch mit der 2.9 Version keine Probleme, das lief auch ganz gut. Gucken wir mal, ob wir hier noch den einen oder anderen LKW hier sehen, zum Beispiel hier, da. Ich kann jetzt auch nicht selber sagen, welche Firmen jetzt neu dazugekommen sind, jedenfalls aus ganz Europa, hier zum Beispiel, ja, von Italien kommt der extra hierher. Das wollte ich euch einfach nur mal ganz kurz sagen, dass es schon wieder ein bisschen was anderes gibt, weil ich ja immer wieder Fragen bekomme, hier zum Beispiel, ne. Dass ich immer wieder Fragen bekomme, ja, wie kriegst du das alles hin und deswegen mache ich hier einfach mal nur ein ganz kurzes Video, um euch das hier ein bisschen zu erklären. So, ist auch nur eine Datei, die ihr hier einpflegen müsst und hier kommt mein Passat 3BG, zwar als Limousine, ich möchte ihn gerne als Kombi haben, aber das habe ich schon oft genug gesagt. So, ganz kurz nur die Info, gibt ein neues Paket von JazzyCat und ja, das war's. Ich sage erstmal, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Maximus, macht einen Fisch. Ich sage erstmal, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Maximus.